Na, mal gucken, wo uns die Kohle hier noch hinführt. Die führt uns wirklich irgendwo hin hier. Ah, das war's jetzt. Okay, schade. Keine Höhle, schade. Aber hier oben haben wir noch Eisen, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwo haben wir doch noch Eisen gehabt. Boah, auch nochmal sieben Stück. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut. Oh, ist hier noch irgendwas reingefallen? 18 Stück. Zack, zack, zack. Wieder das lieb, was sich so ein bisschen nach Borderlands anhört. Haben wir beim letzten Mal auch schon gehabt. Es wird kein Borderlands sein, sehr wahrscheinlich. So, dann nehmen wir jetzt hier das letzte Mal mit. Ah, das ist apropos Lieder, ne? 2000er. Das wäre jetzt wirklich, dass wir jetzt hier noch was gefunden hätten. Ja, auf jeden Fall habe ich da wirklich eine Playlist zusammengestellt mit alten Liedern. Das war, also... Für mich ist es so, Ich verbinde ja mit Liedern, verbinde ich ja Emotionen. Das ist ja, glaube ich, auch eine ganz normale Sache. Das, glaube ich, auch jeder in irgendeiner Art dann da macht, ne? Und das ist so krass gewesen, wie zurückversetzt man sich gefühlt hat, als man diese Lieder gehört hat. Also wirklich, ich war irgendwo anders war ich gewesen da, als ich mir die angehört habe. Weil es einfach mich so, ich war so nostalgisch da, dass mir die ganzen Erinnerungen von damals, so 2000er, was man da so gemacht hat, so 2006 vor allem ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, weil da viele gute Lieder dann auch liefen, so was in der Zeit. Also eher so 2, 5 und später. Und das war einfach, ey, wirklich, da bin ich, ich... Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich darüber rede, ne? Also das, da könnt ihr mal sehen, was das für einen Einfluss hat. Also das war wirklich... Oh Gott. Entschuldigung. Das hat wirklich, also... Hat auch in gewisser Art gut getan, bin ich ganz ehrlich. Irgendwie hat das auch gut getan. Und das gehört meiner Meinung nach einfach mit dazu. Und für mich ist es auch so, dass ich finde, dass so bis 2013, 14... Das war so die Ära der 2000er, also ab, ja, 2000. Das war so die Ära, wo noch die richtig guten Lieder gemacht wurden. Alles danach, so 2015 und später, weiß ich nicht. Die Musik bis heute, von dort an bis heute, die ist nicht mehr so geil, wie sie damals so um 2000, 2010 rum war. Also wirklich, die Mucke, heutzutage, die kriegt dieses Feeling einfach so nicht mehr drauf. Das ist einfach so. Die kriegt dieses Feeling nicht mehr hin. Und das ist wirklich schade. Aber da machst du gar nichts. Das ist dann nun mal so. Oh, das könnte man sogar richtig gut timen hier. Pass auf, dann machen wir mal 2 rein. Und hier machen wir auch mal 2 rein. Das könnte gut funktionieren dann, zack. Das kriegst du so einfach heutzutage nicht mehr wieder. Die Musik ist einfach anders geworden. Für mich persönlich ist es schlechter geworden. Also die Mucke ist im Vergleich zu damals einfach nicht mehr so geil. Und ich wünschte, es gäbe noch Lieder, die wirklich so mit dem... Also es gibt immer mal wieder, zwischendurch gibt es immer mal wieder Lieder, die so ein bisschen in den Stil noch mal wieder reingehen. Und die feiere ich dann auch wirklich hart. Aber es sind wirklich Lieder von damals, die dir im Kopf bleiben. Es sind Lieder von damals, die du gefühlt auswendig mitsingen kannst. Und bei den heutigen Liedern verwechselst du dann auch teilweise... Also bei mir passiert das auf jeden Fall mal. Dass ich Lieder einfach verwechsel, weil die sich einfach komplett gleich anhören. Und was dann auch noch mit dazu kommt... Oh, wir hätten hier sogar noch 5 Stück gehabt. Jetzt haben wir so viel, das können wir da gleich noch mal hinterher schieben. Ähm, und dann ist dann wirklich auch noch dann die Sache... Das machen wir dann mal hier. Ähm, dass ja Lieder heutzutage viel gecovert werden. Beziehungsweise, ähm... Dass die... Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt gar nicht in tierische Produkte packe. Da bin ich tatsächlich gerade mal ein bisschen irritiert. Äh, wir lassen das alles mal hier. Ähm, dass ja viel gecovert wird in dem Sinne, dass da Lieder von damals genommen werden und dann ein neuer Gesang drunter, äh, drüber gelegt wird. Oder dass die komplett gecovert werden und sowas. Und dann ist das ganz Schlimme an der Sache ist dann, dass viele Leute dabei das Original vergessen. Was meiner Meinung nach viel besser ist. Also ein ganz gutes Beispiel ist jetzt, ähm... Das kam jetzt neu raus. Ähm, damals gab's, äh, zur Weltmeisterschaft 2006, ähm... Gab's Zeit, dass sich was dreht, von Herbert Grönemeyer. Ja, und das wurde jetzt, äh, neu aufgenommen. Das wurde jetzt hier neu gemacht. Und, ähm, da ist auch... Teile sind auch mit drin. Aber die Sache ist halt, dass das ein kompletter, ähm... Dass das komplett quasi, ähm, gecovert ist. Also es ist gar nicht da, dass irgendwie Herbert Grönemeyer da nochmal neu mitsingt oder sowas. Sondern es ist einfach nur quasi der Gesang von Herbert Grönemeyer genommen und dann irgendwas anderes dazugepackt, was meiner Meinung nach gar nicht zu dem Lied passt. Weil das Lied eine ganz andere Bedeutung hat, als, glaub ich, das, was, ähm... Was das Ende, das, das Lied da aussagt. Und das passt meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht. Wenn man verkraftet mal alles jetzt hier wieder. Ähm, und das hat, ja... Das war einfach für mich, also wo ich mir so dachte, so, warum muss man so welche Lieder machen? Ähm, wenn, dann macht's doch wirklich ordentlich nochmal neu und textet da nicht irgendwas dazu. Und am Ende ist es dann wirklich das Lied und da einfach mit einem neuen Text. Ähm, ganz ehrlich, das ist einfallslos. Und dass diese Lieder dann Erfolg haben, das ist dann für mich einfach unverständlich. Es tut mir leid, aber das ist für mich wirklich unverständlich. Und, ähm, ja, das, ja, feiere ich halt überhaupt nicht. Und deswegen sind die heutigen Lieder... Also, es gibt viele gute Lieder heutzutage, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt genauso viele behinderte Sachen und, ähm, ja. So, das Einsen würde ich nochmal mitnehmen, die paar, die jetzt hier nur drin sind. Die sechs, deswegen warte ich da noch ganz kurz drauf. Und, ähm, ja. Deswegen höre ich diese Playlist von den 2000ern, die ich mir jetzt da erstellt hab. Äh, deutsche 2000er höre ich so unfassbar gerne. Also, 2000, äh, until beyond, also bis heute. Und ich höre die so gerne, diese Playlist. Und die, ja, die ist einfach richtig, richtig geil. Die ist einfach nur unfassbar gut. Ich kann es euch nur empfehlen, das auch mal da mal ein bisschen zurückzugehen. Für die Jüngeren ist das jetzt natürlich nichts. Das muss man natürlich auch wieder so sagen. Also, für die jüngeren Leute jetzt hier ist das natürlich jetzt, äh, nichts mehr. Weil die Lieder kennen die meisten wahrscheinlich nicht, ähm, um da quasi diesen nostalgischen Moment zu haben. Aber, ähm, auch da würde ich mal empfehlen, das einfach mal zu hören und mal sich selber da mal ein Auge davon zu machen. Oder ein Auge, ne, genau. Ein, ähm, ein Auge davon zu machen. What the fuck? Einen Eindruck davon zu machen. Ähm, wie das damals so war. Und, ähm, vielleicht gefallen da ja auch die da, ähm, den jüngeren Zuschauern. Und dass die dann auch sagen, so, boah, okay, war krass. Das wäre doch mal was. Weil, vielleicht, für mich war es einfach, ich war einfach in einer anderen Welt dann plötzlich. Und, ähm, das ist einfach nur richtig, richtig geil. Ich würde es gerne hier vorsprich, wirklich die Playlist jetzt gerne hier anschmeißen. Aber wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist das, äh, hier leider so jetzt gerade nicht möglich. Bam, 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 bam. Bam, bam. Wie viel Erde haben wir denn jetzt hier noch drin? Na, 38 Stück. Weil ich würde da unten nämlich auch nochmal ein bisschen ausbessern. Ja, wir müssen mal so ein bisschen gucken, wo wir Erde hernehmen. Ähm, ich würde fast unter die Erde gehen und dann mal nach so Erdfeldern gucken und die dann abbauen. Weil ich hier oben, wie schon gesagt, wir haben jetzt schon viel Terraforming betrieben. Was jetzt auch nicht unbedingt schlecht ist. Aber ich will auch nicht zu viel jetzt hier, ähm, dann machen. Also, dass wir am Ende komplett eine Ebene haben. Also, natürlich haben wir jetzt hier gerade schon eine gewisse Art eine Ebene. Aber dass wir halt wirklich dann dahin, dass das auch alles platt ist, dass wir eine komplette Ebene haben. Das will ich dann auch wiederum nicht. Und deswegen muss ich jetzt überlegen, wie wir das am besten mit, ähm, Dings machen, mit, ähm, na, komm drauf. Mit, ähm, Erde. So, jetzt machen wir hier aber erstmal die Dinger hier fertig. Und schauen mal, wie viele wir dann am Ende eventuell noch bräuchten. Weil ich habe so das Gefühl, das wird trotzdem nicht ausreichen. Weil das einfach unfassbar viele sind hier. Ich habe es mal überschlagen, habe mal gesagt, so ungefähr 36 brauchen wir. Weil wir alleine schon zweieinhalb brauchen für die Sachen oben drauf. So, bam, 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 bam. So, zwei Sechs haben wir noch. Aber ich glaube, das sollte doch auch sein. Also zweieinhalb, äh, anderthalb brauchen wir noch für oben. Aber ich würde jetzt mal sagen, das sieht sehr gut aus, dass wir da auf jeden Fall genug haben. Wir werden sie auch noch weiterhin brauchen für die Wege, wie schon gesagt. Deswegen passt das so ganz gut. So, jetzt ist die Zeit gekommen. Wir müssen mal gucken, ob die Sachen ausreichen. Jetzt ist hier die Zeit gekommen, wo wir uns hier mal mit dem Dings beschäftigen. Wir hatten, glaube ich, neun war es. Ich glaube, wir waren acht hoch und der neunte war es dann, ne? Wollen wir jetzt kurz einmal schauen. Also, mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah, wir müssen aber nicht von da ausgehen. Wir dürfen nicht von da ausgehen. Das ist halt den Wichtgesang, natürlich von dem hier aus. Also eins, zwei, drei. Hier. Ne, das ist vier. Fünf. Sechs, sieben. Da oben ist noch einer drauf. Acht und dann der neunte ist es. Also quasi, wenn wir uns von unten hoch bauen. Neun und dann der zehnte. Neun und dann der zehnte. Dann haben wir es mal hier. Also eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Ich packe hier erstmal einen hin, damit wir uns hier so erstmal weiterbauen können. Und da kommen die dann ran. Dann bauen wir uns erstmal hier durch. Ja, wir kommen komplett bis nach hinten. Ich glaube, das reicht ehrtechnisch leider nicht. Müssen wir mal gucken. Ne, das wird nicht reichen, glaube ich. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Ich habe noch eine Idee, wie wir es trotz alledem ordentlich hinkriegen könnten. So, jetzt haben wir es da. Dann machen wir es nämlich erstmal so. So, wir haben ja genug davon, dass wir es so machen. So, der nehme ich. So, und jetzt machen wir mal der weg. Der weg. Der weg. Der weg. Der weg. Der weg. Zack. Rande. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ich wollte noch ganz kurz mal eine Sache nachgucken. Habe ich leiser gemacht? Ne, habe ich nicht. Okay. Alles gut. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn hier der Sound ein bisschen... ...leiser geworden ist. Ist er tatsächlich auch. Ich glaube, hatten wir den nicht mal auf 20 gehabt? Ich mache mal einen kleinen Ticken wieder lauter. Das ist okay. Hier. Weil das immer so mit den Versionen ist immer so eine Sache. Weil manche Ressourcen geteilt werden bei dem MC Launcher auch. Und da ist es immer so, wenn man irgendwie Sounds verändert, dann ist das immer für mehrere Versionen dann aktiv. Das ist so ein bisschen blöd. Deswegen verstellt sich das da manchmal. So, der letzte, ne? Ja. Das ist der letzte. Und jetzt müssen wir leider uns erstmal wieder runterbuddeln. Weil ich natürlich absolut zu dumm war. Genug Erde mitzunehmen. So. Zack, zack. Die Kuh hat auch ihren Spaß da vorne. Aber das sieht gut aus. Das hat jetzt dann gut geklappt. Gut funktioniert. Und jetzt nehmen wir hier natürlich noch die kleinen Dinger. Und dann wird es zack, zack, zack. Zack, zack. So. Das passt dann auch. Sehr schön. Ja, jetzt kommen die anderen natürlich dann jetzt noch dran. Wir sparen uns da mal ein, so ein Blöcklein. Den wir jetzt jetzt hier hochbuddeln. Bisschen smarter. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann müsste der dann hier ran. Ist das die richtige Höhe? Das ist die richtige Höhe. Und jetzt bullden wir uns hier einmal durch. Dasselbe wie eben gerade auch. Jetzt haben wir nur ein paar mehr an Blöcken. Einen mehr schon mal, weil wir einen höher angefangen haben. Und schon mal einen weniger, weil wir da... Also wir haben zwei mehr. Das wird natürlich trotzdem nicht reichen. Aber wir kommen zumindest ein bisschen weiter. So. Zack, 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 zack. Guck mal, es sind jetzt nicht mehr ganz so viele. Jetzt haben wir nur vier, die wir hier quasi brauchen. Eins, zwei, drei und vier. Den brauchen wir. Und dann kommen die hier weg. Zack, zack. Dann kriegt der hier wieder einen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann haben wir das dann gleich hier. Ja, soviel zu dem nostalgischen Thema. Es gibt ja immer mal wieder so ein paar Sachen, wo man irgendwie Nostalgie wieder dann bekommt. Wo man wieder so ein bisschen zurückblickt. Da habe ich ja auch schon super oft drüber gesprochen. Ja, mal schaufeln, okay. Na, aber das ist einfach was. Ich finde, die heutige Zeit, die guckt viel zu wenig zurück. Also es ist gut. Es gibt viele Sachen, die hier in der heutigen Zeit sehr gut sind. Ob es jetzt Technik ist oder ob anderes. Aber ich finde immer, dass vieles Älteres, was meiner Meinung nach wirklich gut ist, so ein bisschen verloren geht. Ob es jetzt Musik ist, also ob es Musik Stil ist. Natürlich entwickelt sich das auch alles in eine Richtung, sag ich mal. In eine gewisse Richtung, wo man am Ende sagt, so, das ist einfach der Lauf der Zeit. Aber ich finde einfach, wenn man einfach merkt, dass etwas nicht gut ist, sag ich mal. Oder wenn eine Mehrheit sagt, das ist jetzt nicht so geil, was jetzt hier gerade ist. Dann finde ich, sollte man da doch vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob das so eine gute Idee war. Natürlich ist es am Ende dann auch so, ich kriege das ja selber auch bei ein paar Sachen mit. Dass ich da auch dann irgendwo dann sage, so, boah, okay, es ist doch besser, als ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist halt dann auch, ne. Also es sind dann trotzdem immer viele Sachen in der heutigen Zeit, wo ich immer so sage, so, ja, das ist jetzt aber leider nicht besser als, ne. So, ich glaube, wir sind schon so hoch, ne. Das ist schon richtig hier. Ich habe mich kaum einverzählt, das passt aber. Ja, wir haben leider da, wie man da sieht, vorhin leider schon wieder einen Erdblock verloren, leider. Das heißt, wir müssen jetzt einen Slap mehr bauen. Ja, da geht leider so ein bisschen was verloren. Und auch in der heutigen Zeit, was auch die Geschichte von Deutschland hier so ein bisschen verloren geht. Ich will hier nicht gar nicht politisch werden, aber man muss das ja irgendwie, muss man das dann doch mal ansprechen. Also die politische Richtung, die Deutschland momentan einschlägt, beziehungsweise wo man Angst hat, dass sie eingeschlagen wird, das ist auch wirklich so eine Sache. Also da sollte man die Geschichte nicht außer Acht lassen, sag ich mal. Und sollte wirklich sich mal daran erinnern, was vor ein paar Jahrzehnten war. Ob die Zeit wirklich so gut war, wenn man bestimmte Parteien wählt. Ähm, oder ob man vielleicht sich da nochmal überlegt, vielleicht doch was anderes zu wählen. Ähm, ja. Weil ich sag mal, blau ist keine Lösung. Und auch nicht, wenn man nicht weiß, was man sonst wählen soll, ist blau keine Lösung. Alles andere ist besser, aber blau ist es nicht. Blau ist keine gute Farbe in der Politik. Also da würde ich das an eurer Stelle einfach lassen. Und, ähm, dann lieber irgendwas anderes wählen, als das. Weil das ist wirklich was, ähm, ja. Und das möchte ich jetzt auch nochmal so in wirklich vollster, in vollster Überzeugung und vollstem, äh, Dings sagen. Tschak, ich will eigentlich Politik hier nicht einziehen lassen. Ähm, das wird wahrscheinlich auch so nicht passieren. Oh, das ist jetzt überhaupt nicht gut. Das ist jetzt ganz, 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 ganz blöd. Das ist ganz mies jetzt gerade. Warum musst du das machen? Ich hoffe, dass der jetzt nicht explodiert, wenn ich den jetzt hier so versuche zu schlagen. Oh, das funktioniert, das ist gut. Das klappt. Das ist noch besser. Ist ja noch irgendwo einer, nein. Ja, auf jeden Fall möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, falls hier Leute unter euch sein sollten, die wirklich überlegen, bei der nächsten Bundestagswahl oder auch sonstigen Wahlen es schon getan haben, ähm, blau zu wählen, ähm, ich möchte mich davon ganz hart distanzieren und will auch hier noch einmal sagen, dass so welche Leute hier bei mir auf dem Kanal und in den Kommentaren keinen Platz haben, weil ich nicht mit, ähm, rechts hier irgendwie was zu tun haben will. Deswegen, falls Leute unter euch sind, die blau wählen, ähm, und sowas, ähm, ja, ihr seid hier nicht willkommen. Es tut mir leid, aber, ähm, ganz ehrlich, wer so dann beschränkt ist und das macht, der ist dann selber schuld und bestimmt mit so welchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Nicht hier bei mir auf dem Kanal, nicht in den Kommentaren und deswegen, Kommentare, die dann irgendwie auch dann hier pro blau und sowas sein werden, ähm, die sind einfach dann gelöscht, weil das ist einfach, das hat nichts mit Meinung zu tun, sondern das ist einfach was mit, äh, das ist einfach, ja, es ist einfach rechts. Deswegen, wenn man die Zeichen nicht sieht und es einfach nicht ein, nicht, nicht, nicht blickt, dass da so viele Rechtsradikale in dieser Partei sind, ähm, und das einfach nicht checkt, dann ist man selber schuld, dann tut es mir wirklich leid. So, jetzt habe ich das nochmal ganz kurz einmal gesagt, aber das ist für mich auch ein Thema, was mich unfassbar aufregt, ähm, weil einfach die Leute heutzutage teilweise, also, ne, manche Leute, nicht allgemein, aber manche Leute einfach zu beschränkt sind, es tut mir leid, einfach zu beschränkt sind, die Signale einfach nicht sehen und, ähm, dann tut es mir, wie schon gesagt, dann auch, äh, nicht leid. So, und, ähm,